Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Sonntag und damit mal wieder Zeit für einen Wochenrückblick. Genau darum möchte ich mich jetzt heute kümmern. Ich bin aktuell hier auf CoinMarketCap unterwegs, wo man seit einigen Tagen wieder vermehrt rote Zahlen antrifft. Unterm Strich gesehen ist das alles aber weitaus weniger dramatisch, als manche Leute das denken. Gerade auf den Bitcoin bezogen oder den Bitcoin an dieser Stelle einfach mal als Beispiel genommen. Denn über den Bitcoin hatte ich ja in der vergangenen Woche an genau dieser Stelle auch berichtet. Zu einem Zeitpunkt, als ein Bitcoin die Wertigkeit von über 10.000 US-Dollar hatte. Der Bitcoin war somit wieder fünfstellig und das erstmalig seit, ich meine, zwei Wochen so ungefähr. Ja, was hat sich seither getan? Naja, eigentlich gar nicht allzu viel. Klar, ab Mittwoch so ungefähr ging es kurstechnisch wieder etwas nach unten. In einem ziemlich gemäßigten Tempo, das muss man dabei sagen. Da sind wir noch ganz, ganz andere Sachen hier aus dem Krypto-Bereich gewohnt. Trotzdem ist die Stimmung unterm Strich relativ schlecht oder nicht allzu gut, könnte man sagen. Um da einen Erklärungsansatz zu finden, muss ich ein wenig weiter zurückgehen, ein wenig mehr ausholen. Nämlich circa bis Mitte, Ende Dezember letzten Jahres. Da war ja das letzte All-Time-High erreicht bei knapp unter 20.000 US-Dollar. Also irgendwas mit 19.000 US-Dollar, was ungefähr oder sogar mehr als das Doppelte ist, als der jetzige Stand, die jetzige Wertigkeit eines Bitcoin. Und die Zeit davor, die sah auch dementsprechend so aus, dass ja fast jede Woche, eigentlich jede Woche ja ein neues All-Time-High erreicht wurde. Und dementsprechend war man schon ein wenig erfolgsverwöhnt. Es ist natürlich auch klar, nach einem solchen Anstieg, dass es dann früher oder später wieder nach unten geht. Genau das ist dann auch Ende Dezember eingetreten. Ich glaube, diesen starken Dip, diesen Crash, den haben wir alle noch in Erinnerung und seither konnte man auch an die bisherigen Erfolge nicht anschließen. Im Januar, da ging es dann noch weiter nach unten und auch im Februar, klar, da ging es zwar erst wieder etwas nach oben, aber naja, jetzt aktuell befindet man sich ja wieder unter 10.000 US-Dollar. Und als es vor einigen Tagen dann wieder nach oben ging, man die 10.000er Grenze überschritten hatte, schon fast bei 12.000 US-Dollar war, da merkte man schon, dass die Stimmung von Tag zu Tag besser wurde, dass auch eine gewisse Hoffnung gekeimt war, wieder nach einem relativ harten Kryptowinter, so haben es ja viele Leute bezeichnet. Und ja, was als nächstes passiert ist, ist einfach, dass der Kurs wieder etwas rückläufig war. Wie gesagt, unterm Strich gesehen hat sich hier gar nicht viel getan. Aber man merkt schon, dass es psychologisch einiges ausmacht, ob der Bitcoin jetzt 5-stellig ist oder wieder auf 4-stellige Werte zurückfällt. Das hat im Zusammenhang mit dem, was sich innerhalb der letzten 2,5 Monate so ereignet hat, schon einen gewissen Einfluss. Ich möchte jetzt gar nicht viel weiter auf dieses Thema eingehen. Ich möchte aber noch anmerken, dass es am Ende des Tages wichtig ist, dass man die Fähigkeit beibehält, alles irgendwie in Relation zu setzen. Dass man nicht gleich, wenn man bei CoinMarketCap rote Zahlen sieht, vom Schlimmsten ausgeht. Ich finde, das ist gerade zu Zeiten, wo viel Unzufriedenheit und auch Desinteresse herrscht, eine ziemlich wichtige Sache. Gerade den letzten Punkt, den merkt man innerhalb der letzten Tage immer mehr. Das Interesse, das schwindet so ziemlich, gerade bei den Leuten, die noch relativ frisch in diesem Bereich sind. Und ja, ich finde, es ist wichtig, dass man sich an solchen Stellen immer erinnert, wieso man in welche Projekte investiert hat. Das wird man ja im besten Fall nicht irgendwie aus Jux und Dollerei gemacht haben. Viele Leute machen es auch gerne so, dass sie sich in solchen Zeiten das Gesamtbild ansehen, dass sie beim Chart etwas rauszoomen, sich ansehen, wie sich der ganze Markt innerhalb des letzten Jahres oder der letzten Jahre im Allgemeinen entwickelt hat. Und ich glaube, mit der Info im Hinterkopf fällt das Ganze nicht mehr ganz so schwer. Nur das als kleine Mitteilung an dieser Stelle. Es ist wichtig, sich in dieser Hinsicht ein wenig zu erden, ohne jetzt esoterisch klingen zu wollen. Das gleiche gilt übrigens nicht nur für den Bitcoin, sondern auch für die ganzen Altcoins, die in dieser Woche deutlich mehr Minus gemacht haben als der Bitcoin. Zumindest kann man das zum Großteil der Altcoins sagen. Auch hier muss man daran denken, dass im Dezember oder allgemein zum Ende des letzten Jahres die Altcoins ziemlich stark bestiegen sind. Gut, das war es nur insoweit einmal zur Marktsituation. Eigentlich etwas Allgemeines, was ich schon seit einiger Zeit loswerden wollte. Kommen wir jetzt einmal kurz zu den Nachrichten. Was hat sich so innerhalb der letzten sieben Tage getan? Größtenteils waren die Nachrichten, die es in den letzten Tagen gab, relativ positiv. Da möchte ich auch gleich mit dieser Meldung hier anfangen. Bitfinex hat wieder offiziell Zugang zu Bankkonten. Das ist jetzt eine Meldung, die meiner Meinung nach in dieser Woche etwas untergegangen zu sein scheint. Oder zumindest nicht die Menge an Aufmerksamkeit erhalten hat, die ich persönlich erwartet hätte. Gut, trotzdem oder vielleicht gerade deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einmal darüber sprechen. Bitfinex, das ist ein großer Exchanger und tatsächlich sogar einer der größten Exchanger am Markt. Und lange Zeit, da war die Zukunft dieser Kryptobörse ungewiss. Weil tatsächlich Bitfinex seit Frühjahr 2017 keinen offiziellen Zugang mehr zu Fiat-Geld hatte. Ob es tatsächlich auch so ist, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Allerdings hatte man seit Frühjahr 2017, also seit fast einem Jahr, keine Bank mehr, die offiziell bestätigt hat, ja, Bitfinex arbeitet mit uns zusammen. Das hat sich jetzt in dieser Woche geändert. Die niederländische ING-Bank ist hingegangen und ein Sprecher der ING hat bestätigt, ja, Bitfinex unterhält hier Konten. Das ist eine relativ große Sache, wenn man mich fragt. Man hat zusätzlich in diesem Interview noch geäußert, dass man eigentlich nur sehr ungern Geschäftsbeziehungen mit Kryptounternehmen eingeht und dass man sich seine Partner in dieser Hinsicht ziemlich genau ausguckt. Ich hatte es in dieser Woche erwähnt, das wirkt schon fast wie eine Art Gütesiegel für den chinesischen Exchanger Bitfinex. Ich will nicht sagen, dass damit alle Probleme rund um Bitfinex behoben sind. Das sind sie weiß Gott jetzt nicht. Und in diesem Interview wurden auch keine genauen Werte genannt. Klar, das wäre ja auch relativ seltsam. Aber es ist dennoch unterm Strich ein ganz, ganz deutlicher Pluspunkt für Bitfinex oder für die Glaubhaftigkeit von Bitfinex. Wie der Einzelne das jetzt beurteilen möchte, das bleibt wie immer jedem selbst überlassen. Aber ich denke mal, dass das auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist. Beim nächsten Thema, da geht es auch um eine Bank, allerdings nicht um die niederländische ING, sondern um die Bank of America. Darüber hatte ich in dieser Woche nämlich noch gar nicht berichtet. Und zwar hat sich die Bank of America zu dem Thema Kryptowährungen geäußert in einem Bericht an die US-Behörde SEC, die sogenannte Securities and Exchange Commission. Über diese Behörde hatte ich schon des Öfteren hier auf diesem Kanal gesprochen. Und meistens hatte ich das mit der Börsenaufsicht verglichen oder dementsprechend übersetzt. Und ja, die Bank of America hat sich halt zum Thema Kryptowährungen geäußert in einem Bericht an das SEC. Und man hat Worte benutzt, die doch relativ ungewöhnlich sind für eine Bank. Dass das Thema Kryptowährungen den Banken Sorgen bereitet, das ist, denke ich, kein großes Geheimnis. Allerdings ist es etwas Neues, dass eine Bank hingeht und tatsächlich über die Sorgen relativ offen spricht. So ist das jetzt in diesem Bericht entsprechend erwähnt worden. Man redet über Schwierigkeiten, die man hat, wenn es darum geht, mit neuen Technologien mithalten zu können und dementsprechend auch die Produkte anpassen zu können. Oder man nennt sogar die Unfähigkeiten, mit solchen Geschehnissen mithalten zu können. Und die Sorgen, die gehen tatsächlich in die Richtung, auch wenn man das noch hier relativ vage äußert, dass man als Bank möglicherweise redundant, also überflüssig werden könnte. Auf jeden Fall sind das sehr überraschende Worte, die man hier mal von einer Bank zu hören bekommt. Ich hatte es gerade gesagt, dass das Thema Kryptowährung ein großes Sorgenthema für die Banken ist. Das ist relativ logisch und man merkt es eigentlich auch an der Art, wie die Banken normalerweise damit umgehen. Nur ist es ungewöhnlich, dass man jetzt sogar öffentlich diese Sorgen äußert. Normalerweise geht man eher den Weg, dass das Thema Kryptowährung belächelt wird oder tatsächlich als Gefahr dargestellt wird. Das hier ist tatsächlich mal ein ganz anderer Ansatz. Beim letzten Thema bleiben wir in Amerika, allerdings reden wir wieder über eine Kryptobörse. In dem Fall geht es um Coinbase. Bekanntermaßen ist im vergangenen Jahr die US-Finanzbehörde IRS an Coinbase herangetreten und bat um Herausgabe einiger Nutzerdaten. Ursprünglich ging es dabei um die Daten von mehr als einer halben Million Nutzerkonten, was Coinbase insoweit nicht rechtens fand. Man ist dann mit dem IRS vor Gericht gezogen. Dort wurde dann entschieden, dass man tatsächlich nicht derart viele Datensätze herausgeben muss. Das Ganze wurde dann auf 14.000 reduziert, also auf die ganzen Nutzerdaten von ca. 14.000 Coinbase-Nutzern. Und dabei geht es nicht um kleine Fische, sondern eher um welche, die relativ viele Transaktionen durchgeführt haben. Das waren insoweit die ganzen bekannten Punkte. Was jetzt wirklich neu ist, ist die Tatsache, dass alles so langsam Gestalt annimmt. Coinbase hat jetzt nämlich ca. 13.000 Nutzer darauf hingewiesen, innerhalb der nächsten 21 Tage deren Daten an das IRS zu übermitteln. Die Daten umfassen einmal die sogenannte Taxpayer-ID. Ich denke mal, das kann man am besten mit der deutschen Steueridentifikationsnummer vergleichen. Name, Geburtsdatum, Adresse, also alles, was wirklich notwendig ist, um eine Person wirklich einwandfrei identifizieren zu können. Und damit das Ganze auch wirklich interessant wird, natürlich auch die Transaktionshistorie. Wie gesagt, es geht dabei um die Steuerjahre 2013 bis 2015 und innerhalb der nächsten 21 Tage wird das Ganze übermittelt. Im Zusammenhang damit ist eine weitere Meldung relativ interessant. Die hat es am 13. Februar gegeben. Dabei geht es auch wieder um die USA und um die aktuelle Steuererklärung, also die für das vergangene Jahr, für 2017. Und nach bisherigem Stand haben bislang nur 0,04% aller Leute, die ihre Steuererklärung abgegeben haben, angegeben, mit Kryptowährungen gehandelt zu haben und solche zu besitzen. Und klar, das könnte jetzt ein ziemlich starkes Indiz dafür sein, dass viele Leute den Finanzbehörden den Besitz von und den Handel mit Kryptowährungen verschweigen wollen. Gut, das sind jetzt wirklich zwei Meldungen, die ausschließlich die USA betreffen. Allerdings rede ich jetzt nicht grundlos über dieses Thema, sondern eher so im Hinblick auf die Situation hierzulande oder allgemein im deutschsprachigen Raum. Gut, die Schweiz sei an dieser Stelle jetzt mal ausgeklammert. Aber es ist, denke ich, nicht ganz abwegig anzunehmen, dass in Zukunft auch deutsche oder österreichische Finanzbehörden hingehen, an Exchanges herantreten und um die Herausgabe entsprechender Daten bieten. Und zwar muss ich jetzt auch anmerken, dass es zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch ein wenig zu früh ist, über solche Dinge zu spekulieren, wo beispielsweise hier in Deutschland noch gar keine Rahmenbedingungen geschaffen wurden, wo es noch nicht mal Ansätze zu einer Regulierung gibt, wo wir auch gar nicht wissen, in welche Richtung das geht. Allerdings, wie gesagt, ich finde es nicht abwegig, dass die deutsche Finanzverwaltung sich solche Daten besorgt. In anderer Hinsicht hat sie das ja auch bereits getan und deshalb ist es etwas, was man per se auf keinen Fall ausschließen kann. Wie die Gesetzgebung dann aussehen wird, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Nur denke ich, dass es wichtig ist, dass man sein Zeug zusammenhält, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Dass man ein wenig im Voraus plant und selbstständig Buch darüber führt, welche Kryptowährung halte ich, wann habe ich sie zu welchem Preis gekauft, möglicherweise auch verkauft und so weiter. Wirklich alle relevanten Daten. Das sollte man allein schon aus Eigeninteresse immer für sich selber festhalten. Ob man jetzt gerne Steuern zahlt oder nicht, das sei mal dahingestellt, natürlich werden das die wenigsten gerne tun. Aber leider ist es dann doch ein Thema, was unumgänglich ist. Das insoweit nur als kleinen Hinweispunkt. Und ja, im Grunde genommen war es das auch schon für dieses Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal. Alle Links findet ihr wie immer zum Nachlesen in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.